Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten. www.mietspiegel.com. Wir vernetzen private Vermieter. So, in dieser Wand ist ja einiges verbaut. Was haben wir denn da so? Das ist unser Standard-Wandaufbau, wie wir ihn üblicherweise bauen. Von der Rauminnenseite mit Lehm für die Wohnqualität, für die Raumluft. Feuchte Aufnahmeabgabe bei Lehm hervorragend. Man bekommt einfach ein sehr, sehr gutes Raumklima dadurch. Dann eine Holzständerkonstruktion, die im Zwischenraum nochmal mit Jute, Hanf oder mit Gas gedämmt ist. Eine Ebene für die Luftdichtung aus einer holzleimfreien Platte und dann außenseitig nochmal eine ganz dicke Schicht von Holz-Weichfaserplatten, die ebenfalls ohne Verleimung verarbeitet werden. Außen die Fassade, wie gewünscht mit Holz oder mit Putz verkleidet. Und das ist so dieser komplette Wandaufbau, wie die Gebäudehülle hergestellt wird. Das sind jetzt Beispiele von gebauten Häusern, die wir gemacht haben, wo man zum Beispiel hier oben rechts sieht. Das ist ein Haus, das zum Teil nicht unter Kellern, das auf Stelzen gebaut ist. Einfach auch der Umwelt zuliebe, dass man sagt, man verarbeitet keinen Beton weiter im Bodenbereich für die Bodenplatte, macht Schraubfundamente, dann Bodenplatte aus Holz und errichtet das Gebäude dann einfach oben drüber. Was ganz interessant beim Kinschhofer Holzhaus ist, wir bauen mit Materialien, die schadstoffgeprüft werden. Wer ist eure Zielgruppe? Meist aktuell sind es Bauherren, die für die Wohnqualität etwas suchen, wo man sich wirklich wohlfühlen kann, wo Schadstofffreiheit wichtig ist. Allergiker, das sind so die Interessenten, die auf uns zukommen. Was hebt ihr euch von den Mitkonkurrenten ab? Mit dem Raumklima, mit dem schadstofffreien Bauen gibt es, soweit ich weiß, niemanden, der das so konsequent macht wie die Firma Kinschhofer. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel Mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter ISHW Gemeinsam stark